L-O-V-E L-O-V-E Wir haben eine Blocker Academy gemacht, die DM-Marken Academy Beauty. Und heute feiern wir jetzt den Abschluss. Wir sind in Berlin und warten jetzt darauf, dass die Blocker kommen, um mit denen gemeinsam mit den Shuttles auf die Fashion Week zu fahren. Dort dürfen wir heute eine Show anschauen, die Opening Show von Lavera auf dem Showfloor. Wir sind ja heute schon im dritten Academy Termin. Das heißt, wir sehen viele eben jetzt zum dritten Mal. Nach zwei Ganztagesterminen mit jeweils Essen ist es halt eine tolle Stimmung, die schon untereinander entstanden ist. Wir werden dort die Shows anschauen, die Stars, die kommen. Wir werden uns mit Essen ein bisschen gut gehen lassen und hoffentlich viel Spaß haben. Ich glaube, wir freuen uns beide besonders darauf, dass wir unsere erste Fashion Show jetzt erleben und mal hinter die Kulissen gucken können. Bisschen Inspiration für unsere Blogs vielleicht. Das erste Mal, dass wir Models von so einem Namen auch sehen. Wir sehen uns Bitsch. Das ist ein bisschen wie bei der Kulissen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. 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 Heute geht es um nachhaltige Mode, quasi um Eco-Passion. Das finde ich wirklich ein wichtiges Thema in der Fashion-Branche. Ich bin total überwältigt, das ist meine allererste Fashion-Show, meine allererste Fashion-Week überhaupt und ich interessiere mich ja sehr für Nachhaltigkeit, generell für das Thema Nachhaltigkeit. Deswegen finde ich auch diese Show sehr, sehr schön, also richtig gut ausgesucht von dm, dass wir auf diesem Showfloor sein dürfen. Was ich erwartet habe, so eine schöne Atmosphäre und tolle Mode und mit Leuten ins Gespräch zu kommen, die die gleichen Interessen haben, das hat sich auf jeden Fall bis jetzt erfüllt. Jetzt sitzen wir hier und essen etwas und trinken eine Kleinigkeit, also alles super. Wir machen die Veranstaltung, weil wir glauben, dass in den Bloggern ein ganz tolles Potenzial steckt. Wir haben ein DM-Marken-Camp, hier haben wir einen ganz tollen Austausch mit 150 Bloggern gehabt. Allerdings ist es eine Tagesveranstaltung, in der wir uns nur wenig Zeit für die einzelnen Blogger nehmen konnten und die DM-Marken-Academy mit zehn Teilnehmern bietet uns einfach die Chance, alle ein bisschen näher kennenzulernen und einfach nochmal einen ganz tollen Austausch viel persönlicher zu haben. Wie ich hier gelandet bin in der Fashion Week bei DM mich eingeladen hat. Und zwar gab es letztes Jahr das DM-Camp, das Beauty-Camp und da wurde die Academy vorgestellt für zehn Blogger, die eben drei Workshops durchlaufen dürfen. Und heute in Berlin ist der letzte Workshop und wir durften uns bewerben mit einem Video oder einer Collage oder irgendwas Kreatives, was die DM-Marken mit einbezieht. Und ich habe damals ein Stop-Motion-Video gemacht und bin dann unter den zehn glücklichen Gewinnern gelandet. Ja, und jetzt bin ich hier. Morgen wissen wir nicht so richtig, was passiert. Das sind große Fragezeichen, das ist aber immer so gewesen. Die DM hält immer alles geheim. Heute gehen wir mit unseren Beauty-Bloggern zum Shoppen, wollen Inspirationen sammeln. Wir machen heute den sogenannten Store-Check, das heißt wir klappern sozusagen einige Läden ab und schauen uns dort neue Produkte an. Wir gehen jetzt entweder auf dem Hackeschen Markt, Friedrichstraße oder Prenzlauer Berg. Und da schauen wir mal, wie die Trends hier so in Berlin sind. Wir hoffen natürlich, dass wir viele spannende Produkte finden und dann im Anschluss versuchen wir das auch für die DM-Eigenmarken umzusetzen. Wir waren jetzt beim Store-Check und haben uns die einzelnen Stores eben angeguckt und dann ein bisschen Inspirationen gesucht. Wir haben ganz am Anfang schon Produkt- und Ideen abgegeben und dann im Laufe der weiteren Workshops Feedback dazu bekommen oder auch die Produkte, wie sie dann irgendwann vielleicht mal im Laden stehen könnten, auch wirklich in die Hände bekommen, ganz für uns mit unserem Academy-Logo drauf. Also es ist wunderschön, die Erfahrung zu machen und machen zu dürfen vor allem auch. Also mir hat es wirklich super gefallen. Ich hatte vorher komplett andere Vorstellungen von dieser Academy und was ich am Ende da mitgenommen habe, war wirklich echt viel. Es war super spannend, einfach mal einen Blick hinter die Kulissen zu werfen, wie wirklich ein Produkt entsteht. Von der Trendsuche bis zum Produktdesign, in welche Richtung sich das alles entwickeln kann. Ich finde, das ist so persönlich hier. Auch dadurch, dass wir uns jetzt ja schon öfter getroffen haben, kennt man die Leute und man freut sich auch auf die und gerade auch auf die Leute von dm. Wir haben drei wahnsinnig tolle Termine gehabt. Wir haben sehr viel mitgenommen. Wir haben super, super nette Blogger, YouTuber kennengelernt und einfach auch eine super Freundschaft damit aufgebaut. Und es ist ein bisschen graurig, dass eigentlich jetzt schon der letzte Termin drin ist. Die Academy war eigentlich immer ein super Moment, dadurch, dass es auch regelmäßig war, sich wieder neu auszutauschen, immer einen Schritt weiter zu gehen, auch in unserer Entwicklung und das auch gleichzeitig den Bloggern zu vermitteln. Und ich glaube, das kam auch sehr, sehr gut an.